Hallo, hier ist Wurangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, die spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Ein amerikanisches Einfamilien-Stadthaus, das tief in einem bewaldeten Boulevard liegt, ab sind gekommen, um die Party zu machen. Das Feuer umkreiste schnell die Hälfte des Unterhaltungskreises. Der Inhaber beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit dem Steakkochen. 14 Tage 3-Aged australisches Wagyu-Rindfleisch. Kundenspezifischer Gasofen. Importiert aus den USA. Selbst das Serviertablett muss auf 180 Grad gehalten werden. Auch in diesem Steakhaus wird authentische französische Küche geboten. Verwenden Sie 36 Stunden, um eine Entenkeule mit Luia-Ölsiegel zuzubereiten. Außerdem wurde ein großer Zug ausgelöst, der die Meeresfrüchte-Kontrolle in Sekundenschnelle beendet. Hochwertige exotische Meeresfrüchte-Boote. Super Überraschungspreis. Gehen Sie schnell mit dem Kopf der Stelle zu schmecken-Tilde. Drei Arten von Meeresfrüchten bilden ein Bootsgericht. Bestehend aus drei Arten von Meeresfrüchten Meeresfrüchte-Boot. Stark befriedigt die Meeresfrüchte-Kontrolle. Eine zweite auf dem Tisch. Um das ganze Feld zu töten. Der Wert des Gesichts-Explosion. Meeresfrüchte-Boot kann auch Bilder zu spielen-Karten. Loben Sie geplatzte Freunde-Tilde. Meeresfrüchte-Boot für zwei bis drei Personen. Der ursprüngliche Preis von 178 Yuan. Der Geschmackpreis von 138 Yuan. 7,7% Rabatt. Meeresfrüchte-Boot vier bis sechs Personen teilen. Originalpreis 428 Yuan. Geschmackspreis 288 Yuan. 6,7% Rabatt. Französische Austern werden von ihrem Ursprung über Paris und dann nach Shanghai ins Restaurant geliefert. 72 Stunden Kühlkette. Fertig zum Bestellen. Jetzt draußen ist sehr häufig ist die französisch Girado Austern. Diese kleine frisches Fleisch Austern im Vergleich zu dem Fleisch ist mehr voll. Die französisch Einheimischen sind besonders angetan von einem. Der Besitzer sagte sogar, dass es Liebe auf den ersten Blick Geschmack Tilde war. Natürliche importierte gute Austern haben die Textur und Lippe Tilde das Fleisch ist wirklich großfett. Transparente Austerkörper. Schönheit und Schönheit der großen Tonic nah. Schlucken Sie es schnell. Die französische Muschel ist nicht nur groß, sondern der innere Teil des Schwanzes ist auch essbar. Es ist das Original von den Stränden von Nizza. Frankreich. Drehen Sie das Schneckenfleisch mit einer Gabel aus dem Gehäuse und tauchen Sie es in die spezielle Knoblauchmayonnaise ein. Der Geschmack des Schwanzes ist so gut, dass er wie haarige Krabbenpaste schmeckt. Mehr auf dem Markt ist die vietnamesische Tigergarnelen, und hier ist die Wahl der Thai-Tigergarnelen, größer als die durchschnittliche Garnelen-Astaxantin ist höher als 20%. Aufgrund der Frische der Zutaten können Sie die Garnelenschalen leicht abziehen. Eine ganze Garnelen-Fleisch-in-Chilisauce getaucht. Ein Biss. Das Fleisch ist voll und fest. Frisch und süßen Geschmack verweilenden Tilde. 36 Stunden für nur eine in Öl versiegelte Entenkeule von Lugier. Die Entenkeule von Lugier. Eine Ente aus natürlicher Getreideaufzucht mit einer über 100-jährigen Geschichte im Südwesten Frankreichs. Wird nur in gehobenen Restaurants und Hotels auf der ganzen Welt verwendet Tilde. Jede Entenkeule ist 350 Gramm schwer. In fruchtgepresstem Olivenöl eingelegt und 36 Stunden bei 56 Grad Celsius gebraten. Die Außenhaut ist goldgelb und attraktiv. Knusprig und nicht rissig und lässt sich sanft mit einer Gabel abzupfen. Das zerkleinerte Entenfleisch ist außen knusprig und innen zart. Das Fleisch ist innen knusprig aber nicht faul. Das Fleisch ist reichhaltig. Mit einem erfrischenden Spinat eine Lösung für die fettige Entenkeule. Perfekt. Nur Rindfleisch höchster Qualität. Importiert aus Australien. Die Trockenreifung wird direkt im Geschäft durchgeführt. Willkommen untertitelung. Wenn Ihr Interested in unsere Videoitektur, Remember to follow us. Ou es gibt noch 4,500 Restaurant Videos. We will keep surprising you. See you!